Warte, warte, warte. Jetzt habe ich schon gedrückt. Ist egal, wir lassen einfach laufen. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Downstuff2girl. Wir versuchen weiter nicht zu verhungern. Hallo. Wir versuchen es. Ich kann finken. So, aber ob wir das Frühjahr überleben mit dem komischen Fuzzi dann? Wer ist so ein Fuzzi? Meinst du Wintergiganten oder was? Wintergiganten, Sommergiganten. Aber es wird eh lustig. Wenn der kommt, zerhaut er das ganze Camp mal. Was kann man gegen den machen? Nix. Kann man nicht einfach von das sein, wenn der kommt? Weglaufen und hoffen, dass er nicht ins Camp kommt. Ich habe einen Vogel gefangen. Wir können das Camp einbauen. Das wird uns ein bisschen Zeit geben. Oh nee, der zerstört alles. Der macht eine Mauerblatt mit einem Hauen. Ich habe mal Kohle in die erste Kiste, die wir hatten, gepackt. Irgendjemand hat ja nach Kohle geschrieben gehabt. Ja, ich. Ich will noch mehr Fleisch trocknen. So, ich brauche mal Fleisch. Muss was zu essen kochen? Ich habe Zweifel rein. Aber stehe ich hier zum Spaß? Ha, sie drängelt dich nicht voll rum. Ich habe doch nur schon mal befüllt. Alter, ich will hier in den Kühlschrank. Ich warte schön brav daraus. Dann kommt der einfach. Ach, ganz vergessen. Es wird jetzt gerade Nacht. Ja. Und die Schwuppe sind auch gelesen. Was ist denn hier los? Hau ab. Hau ab. Los, hau ab. Wo ist die Hand überhaupt? Ich sehe gerade keine. Ich sehe sie gar nicht. Ich mache sie weg. Kann jemand mal so ein Essen darunter nehmen? Ja, klar. Wie gesagt, Henne kann ich gerne wegmachen. Mich stört das ja nicht in die Dunkelheit zu gehen. Okay. Ich auch nicht. Ich mag die Dunkelheit. Essen machen. Ja, ne? Dunkelheit ist schön. Ja, da ist es so muckelig drin. Endlich Hopi wieder. Wir haben einen Winterkuh-Elefantenrüssel und einen normalen Kuh-Elefantenrüssel noch im Kühlschrank. Ja. Winterhäppchen könnten wir basteln, aber da müssen wir noch ein Spinnenblatt machen. Ja, die Mützen, die reichen ja auch gerade. Ja, aber... Das ist ja noch schöner. Ja. Die ist so wie im Fuß jetzt nicht. Da kommt der Hasi aus seinem Haus gefallen. Ah, okay. So, was steht an? Was brauchen wir jetzt am dringendsten? Ich gehe wieder Fleisch organisieren. Ich auch. Die Nester sammeln. Mal gucken, vielleicht sind ein, zwei Leute in meine Falle gehüpft. Ich gehe wieder zu den Spinnen, da gab es ja reichlich Ausbeutung. Bleib da, ich will das Ei. Und ich will zu den Buffalons noch. Hier ist eine Spur. Wo, wo, wo ich komme? Hier, bei mir. Wo bist du? Oh nee, jetzt fängt es doch noch an zu schneien. Okay, ich bin da. Alles weg dann. Die Zeit nach da. Mist. Da. Dann haben wir das nächste. Ah, da lang weiter. Sagt Bescheid, wenn ihr dann die Quadrafantenspur habt. Also, die Quadrafantenspur. Die Spur haben wir. Nee, Quadrafanten, dann komme ich auch. Ja, so da lang, so in etwa. Da vorne ist schon das nächste. Nein. Kommt ihr Spinn. Die Häschen ging nie weg, oder? Nö. Nö. Aber Haas, ich mach bitte nicht das Nest kaputt, sonst ist ich nämlich ganz weg. Okay, weiter nach oben. Ach, die Mäster kann man kaputt machen von denen? Von den Spinnen? Ja, klar. Ach, von den Spinnen. Ich dachte, von den Hasen. Sonst respawn sie. Kann man auch. Fasten sind es bei irgendeiner Jahreszeit sind sie dann weg. Äh, Frühling, wenn's regnet. Irgendwann den Regen schlüpfen die doch ein. Genau, dann schlüpfen sie ein und sind sie weg. Und im Sommer kommen sie wieder, oder sind die permanent dann weg? Kommen dann wieder. Es sind noch Bären. Nimmst du den, nimmst du die Bären mit? Ja. Ich will. Ja, ich will. Die Bären mitnehmen. So. Wir müssen noch ein Häschen. Oh, 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 das war so viele. Okay, das fällt übel. Gürbst du jetzt? Auch abgäbig, ich bin, mag ich nicht. Nach links. Der hat sich aber gut versteckt hier. Oh, Samen. Nimm mal die Samen mit. Ja. Noch ne Spur. Ach da, ich hab die übersehen. Ah, ich hab keine Spitzhacke mehr. Ist der hin? Da oben. Da oben. Wir haben ihn. Okay, dann nirg den mal. Wo können wir den denn hier mal in die Enge treiben? Am besten... Da ist noch eins. Ich glaub, nach links müsste es gut sein. Huch. Okay, jetzt muss ich aber nach Hause. Jetzt frieh ich mir da doch halt den Popo ab. Dann kriegen wir den hier irgendwo eingesperrt. Nee, ne? Doch da. Und jetzt? Aua. Weglaufen, weglaufen. Hör auf mich an, hör auf mich an. Hilfe! 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 Wir wollten ja eigentlich auch auf Hasi warten. Hilfe! Hilfe! Lass mich in Ruhe! Ja, ich treff ihn jetzt nicht mehr. Hilfe! 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 Was bleibt dir da? Sie rennt vor dem Viech weg, ich hinterher. Hilfe! Auch interessant da? Ja, bestimmt. Hilfe! Hilfe! Oh, ich ausfriere grad. Hilfe! Reicht ne Fackel in der Hand, um nicht mehr zu weiterzufrieren? Hilfe! Nein, glaube nicht. Okay, dann bin ich gleich tot. Hilfe! Hilfe! Du musst alleine spielen. Hilfe! Jetzt ist es mal stein, unser aufgeladen ist, kann ich kommen. Ich muss auch ins Lager. Du hast auch zugefroren? Nein, aber ich bin bei einem Grad. Die Erfrierung werde nicht mehr lange auf sich warten lassen. 22 Leben, noch 20 Leben, noch sterben. Ich auch. Lass mich eigentlich in Ruhe, du Scheißteile. Ich komme nicht mehr bis ins Lager. Ich habe nur noch 11 Leben, 10 Leben, 9, 8, 7, 6, 5, Ich habe den Lager voll gerastelt. Oh, hey! So, Heinz, dich und tot. Ach, nö. Ach, das war knapp. Oh, oh, ich habe auch... Oh, gut. Ich habe kein Hämchen mehr, aber ich habe ihn getrüttet. So, ich bat, äh, stehe jetzt hier gerade an meinem Tod. Hat noch jemand eine Spinnendrüse? Ja, ich habe zufälligerweise einige gefunden, aber verbraten für mich zum Hain. Ah, sie ist voll der Egoist. Ja, ne? Ja, das war, bevor ich hoch bin. So. Also muss ich jetzt warten, bis er eine findet wieder? Jupp. Hallo, Sefi. Hi! Ich bin wach, solange mein Tod. Lass mich nur einen neuen Helm basteln. Hier liegt noch ein ganzer Helm zwischen, in meinem Krempel. Zu spät ist, habe ich schon gecrafted. Im Winter sieht das ja tot sein noch trostloser aus. Oh, ich brauche es gar nicht mehr. Ich habe, ich habe was zu essen für dich gemacht. Weil der eine geht ja für mich nicht, der hier ist in der Nähe. Danke. Ja, ich hatte auch gerade Hunger. Wir müssen ein bisschen weiter gehen, der ist in der Nähe bei den Schwinden. Dann muss ich gerade rein. Okay. Hä? Musst du gerade rein? Warte mal gucken. Nee, geh du mal. Geh du mal. Du bist fast. Dein Lea. Er ist fast tot, ja. Kommt vor. Kommt vor. Schnell wahrscheinlich jetzt noch mal. Tut mir leid, die Zeit musst du sein. Jaja. Naja, ist ja nicht so, als wenn du jetzt irgendwas noch mit Zeit zu tun hättest. Doch du hast gerade alle Zeit der Welt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass ich irgendwie noch erfriere oder sowas. Ach, herrlich. Wie schön ist es, ein geiles zu sein. So, du kannst rein. Alter, ich bin so froh, dass ich mir diesen Wärmestein gemacht habe, dass ich die Mütze auch unter mal abnehmen kann. Sünden die? Wärmestein. Dauerschein, Mondstein. Wenn Hase die nicht rausgenommen hat oder jemand anderes müsste in der neuen Tore noch einer drin sein. Okay. Äh. Es wird Nacht, oder? Ja. Fein. Feine. Was ist denn das hier, ist das eine Hand? Ach, danke. Was? Hier, wo ich gerade schwebe. Ist doch gar nichts. Okay, dann sehe nur ich das. Wo ich das irgendwo hinpacken, oder? Nö. Einfach mal mit dem Tau laufen. Okay. Ich hoffe, du wirst jetzt wegen mir nicht noch verrückt hier am Ende. Mir geht's gut. Es stimmt klang zu haben, aber... Wir zwei sind doch zwei wahnsinnig Burschen. Ach. Charly? Charly! Lass das! Lass das! Lass das! Lass das! Lass das! Lass das! Ah, cool, ich kann die auch verscheuchen. So, base. Hier kommt wieder so ein komisches Gesicht. Hier, wo ich jetzt bin. Bist du irre? Nö. Ich auch nicht. Hm. Sieht aus wie, wie sie das Ding an der Hand, nur dass es im Kopf ist. Ja, dann die kommt, wenn man irre ist, aber... Ich kann doch nicht irre werden. Als Geißler. Als Geißler. Ja, als Geißler nicht. Auch als Maxwell kann ich quasi nicht irre werden. Eigentlich ist das sehr schwer. Aber es ist schwer. Ich habe 200 Höhenpunkte und bin noch nie unter 100 gefallen. Ja, das schaffst du aber, wenn es Gräber genügend flühen lässt oder so, dann geht es. Oder dauerhaft im Cave gehst, dann kannst du es auch bringen. Ja, okay, aber so einem normalen Spiel jetzt hier gerade nicht. Komm, wer hat wieder Tag. Okay. Weiter geht's. Yeah, mein Bad wächst nach. Ich hole mal Steinchen. Mach das. Mann, ist das trostlos, ja alles. So grau, schwarz, braun. So tot. Ja. Bruder, Bruder, Bruder. Hier müsste da eigentlich irgendwo sein. Ich habe doch einen gesehen. Bin ich dran vorbeigelaufen? Warte mal, ich glaube ein Stück höher von uns. Dieses blaue? Aha. Ist das, glaube ich, ein Burmloch? Ne, achso. Ach, Schütz, ich dachte genau hier, wo wir sind, aber hier ist nicht. Ich dachte, ich hätte hier einen gesehen. Bin ich falsch gegangen? Doch. Warte mal, hier ist ein Hunt Moonstone. Das ist nur ein Mondstein, ne? Naja. Da habe ich in der Karte verwechselt. Mist. Ich dachte, wie gesagt, ich dachte, hier wäre einer... Doch, warte mal, ja. Warte, 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 warte. Ja, ich habe es gesehen auf der Karte. Wird gleich nur schwierig, weil da ganz viele Spinnen sind. Okay. Oh, guck mal was da sind. Colafantenschworen. Merken wir uns die? Merken wir uns. Und sterben da wieder? Ja. Okay, ich gehe mal mal. Warte, kommst du in unsere Richtung? Wir haben gleich ein paar Spuren. Wir haben gleich wieder eine Spur. Ich brauche erst mal einen Wärmischstein. Ach, da oben. Da oben. Oh Gott. Und hier ist das Spinnennest? Ja. Kannst du deinen Freunden sagen, sie mögen mich bitte nicht angreifen? Lass den bitte in Ruhe. Ah! Ich bin gestorben. Oh nein. Was treibt ihr? Das hat Feuer gefangen. Ah, Spinnen hinter mir und ich habe nichts. Meine Sachen verbrennen. Nein! Was treibt ihr? Nein! Komme ich jetzt eigentlich überhaupt nach Hause ohne Mütze, ohne alles? Ach soos? Was war die Frage hier gerade? Ob ich wieder lebend irgendwie eine Chance habe, nach Hause zu kommen? Im Winter. Ah, gut, dass sie gleich wieder weg ist. Wird ein wenig heftig werden. Ja, aber mehr als versuchen kann er es ja nicht. Ah, ich habe meine Mütze. Ich habe meine Mütze. Hast du alles wieder? Ja. Und ich habe eine Fackel. Hier liegt doch noch ein bisschen was, oder? Warte, warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Sammle das mal ein, was hier liegt. Nimm mal meinen Wärmestein. Möchte ihn ausrüsten? Nein. Kannst du einfach in Wind haben. Wind haben, oder? Na komm. Lade ich auf, Wärmestein. Okay. Das ist die gleiche Tatschdumpa. Wir wollten doch Holzkohle haben, oder? Ja. Ich sammle auch gerade. Ganz im Wald abgefackelt komplett. Wir haben ja alles... Was kann ich dafür, dass der Tatschdump direkt am Spinnnetz dran war? Cool. Wir haben hier quasi wirklich alles abgefackelt. Ja. Boah, passiert, ne? Ich mein, das wärmt doch ein bisschen, oder? Also wärmetechnisch geht's uns gut. Ich hab Mütze und Feuerstein und hab trotzdem roten Bildschirm. Heiß, 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 heiß! Heiß? Im Winter ist das nicht ne Ironie? Aber die Kohle hier ist irgendwie ganz schön heiß. Das Schweinehaus brennt! Hier brennt alles! Wir fangen ja grad Schweinehäuser. Nehmt bitte die Schweineärsche dann mit. Schweineärsche. Wir haben hier Großflächenbrand ausgelöst. Gut. Warum friere ich, obwohl ich, äh, Mütze und Wärmestein in der Tasche hab? Ja. Das kann manchmal sein. Bei mir hat der Boden grad gebebt. Dann hält's noch ein bisschen länger. Was? Ich hab nur gesagt, du bräuchtest noch ein Anurag, dann hält's noch länger. Mein Gott, ich kann nicht mal lang genug, äh... Du hattest nicht zufällig, äh, noch Gras für nen Dingses? Gras für was? Für nen Rucksack. Mein Nass war da verbrannt. Äh, ne, ich hab aber auch keinen. Achso, schade. Mein Rucksack liegt oben im Camp. Rucksack. Also an Holzkohle wird's uns nicht mangeln. Äh, Rucksack? Wo? Nochmal? Zu finden? Ich hatte grad irgend so nen Rucksack hingelegt. Quasi aus Versehen, weil ich gestorben bin. Dachte eher so für mich jetzt hier zum... Ja, bei den Survival-Menü. Du, langsam wird's kälter. Langsam wird's kälter, weil die Bäume ausgehen. Also bei mir ist noch alles... äh, brennt noch alles Licht, hallo. Mir fehlen Zweige. Echt jetzt? Mir fehlen Zweige. Super. Tja, eigentlich... Unser hat kein Problem. Die Spinnen sterben. Die Spinnen sitzen hier alle und, äh, im Feuer. Hier ist Monsterfleisch, wenn du willst. Sammel auf. Rauchen wir. Wir haben keine Äste. Der Waldbrand muss sich beruhigen, ansonsten kann ich ihn nicht mehr jagen. Und die schlafen hier ganz glückselig, wenn der ganze Wald fallen darf. Alter, das ist so viel Holzkohle, das können wir doch niemals alles einsammeln. Also ich kann noch, ich hab jetzt 34 schon gesteckt. Der kommt lieber zurück. Die Holzkohle bleibt danach auch noch liegen. Au, 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 au. Deine Freunde! Deine Freunde hauen mich! Was soll ich ihnen sagen? Böse Spinnen! Wäre nie die wert! Ob die Spinnen hören oder nicht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.